Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir mit dem heutigen Video starten, möchte ich dich gerne auf das Aktienvideo von heute Nachmittag hinweisen. Detail Analysen zu Alibaba, JD.com und Baidu. Wir beginnen die heutige Marktanalyse mit den Rohstoffen und schauen zuerst auf WTI. Crude Oil heute ca. 4-5% im Plus. Darüber haben wir gestern auch im Markbriefing gesprochen, dass natürlich die Konflikte in Israel jetzt hier auch Einfluss nehmen können auf den Ölpreis und genau so ist es dann auch gekommen. Wir haben einen Gap nach oben erlebt mit den Futures vor allen Dingen und das ist halt auch wieder hochspannend, das Gap genau über 85 US-Dollar, unser übergeordnet wichtiges Level. Wir halten uns jetzt auch über diesem Level und sind derzeit bei ca. 86 US-Dollar und 13 Cent. Natürlich messen wir uns jetzt hier den letzten kompletten Ausverkauf ab. Wir waren auch im 4-Stunden-Chart hier stark überverkauft. Das müssen wir jetzt durchaus ernst nehmen. Allerdings sehen wir auch, dass wir noch nicht aus dem wichtigen Widerstand hier ausgebrochen sind und das ist das 38er Fibonacci, der Downside. Auch vor allen Dingen hier unser Trendkanal hält aktuell noch als Widerstand und auch die 200er Linie im 4-Stunden-Chart. Wenn allerdings der Ölpreis aus 86 US-Dollar und 60, 86 US-Dollar 90 ausbrechen sollte, dann muss man das hier ernst nehmen und auch eine größere Rallye auf dem Schirm haben. Erstes Ziel wäre dann der Bereich von 90 US-Dollar. Dürfen wir aber auch nicht ausschließen. Das ist übergeordnet. Nach wie vor ein Aufwärtstrend, dass wir hier sogar nochmal einen Doppeltop uns abholen bei etwa 93 US-Dollar wichtig wäre. Für diejenigen, die den Ölpreis gerne weiter unten sehen wollen, dass er wieder zurückfällt unter 85 US-Dollar. Und wie gesagt, der Trigger für mehr Aufwärtspotenzial wären Kurse über 86,60 bis 87 US-Dollar. Wir kommen zu Natural Gas und hier sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Wir sind hier allerdings angekommen in unserer Zielzone. Wir haben darüber gesprochen zwischen 3,32 und 3,47 ist das 127er bis 141er Extension und zwar von der letzten großen Abwärtsbewegung vom Top hier bei 3 US-Dollar runter auf 52 Wochentief. Also hier durchaus eine signifikante Zielzone. Gaspreis reagiert hier auch sehr schön technisch und das ist eben jetzt die große Frage. War das jetzt hier ein lokales Top und geht der Gaspreis von hier in eine gewisse Korrektur, die wir uns dann natürlich sehr interessiert anschauen. Denn das war hier meines Erachtens ein ernstzunehmender Breakout aus den 3 US-Dollar und ein Rücksetzer. Signifikante Rücksetzer allerdings, die kann man sich dann durchaus auf der Long-Seite anschauen. Da natürlich mehr dazu, wenn wir hier eindeutige Signale bekommen, dass das ein Rücksetzer wird. Und das ist meines Erachtens gegeben, wenn der Gaspreis hier unter die 3,31 bis 3,30 fällt, dann müssen wir hier damit rechnen, dass er hier ein bisschen ausatmet. Und das schauen wir uns dann natürlich auch gerade von der Zielzone her ganz genau an. Und wenn er hier wirklich nochmal neue Hochs machen sollte, die 3,47 rausnehmen sollte, wäre das 161er Extension nach oben im Bereich von ca. 3,69 Dollar. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wir kommen zum Goldpreis und der ist heute Nacht auch etwas angesprungen. Wir haben ja am Freitag bereits eine gewisse Erholungsbewegung gesehen von unserer Supportzone im Bereich von etwa 1,810 US-Dollar. Heute Nacht ist er dann nochmal etwas weiter nach oben gesprungen. Und wir sehen ihn jetzt auch wieder über dem 50er Fibonacci, der gesamten Aufwärtsbewegung seit den 52 Wochen tief. Das ist signifikant. Wir wollen den Goldpreis jetzt hier nicht mehr sehen unter 1,840 US-Dollar. Vor allen Dingen sind wir jetzt auch über der 50er Linie im 4-Stunden-Chart. Das ist hier nicht unwichtig, was hier passiert ist beim Goldpreis. Nächste Ziele nach oben. Und dazu messen wir uns natürlich hier den letzten Ausverkauf ab. Wir wissen, dass der Goldpreis hier vor allen Dingen auch sehr stark überverkauft war. Zufälligerweise ist jetzt auch genau das 23er Fibonacci. Wir wollen den Goldpreis nicht mehr sehen unter 1,840 US-Dollar. Der kann hier noch ein wenig konsolidieren und dann muss er ausbrechen. Erstes Ziel sehe ich im Bereich 1,863. Das signifikantere Target habe ich aber definitiv hier auf dem Schirm im Bereich von 1,880 US-Dollar. Und das wäre hier natürlich auch ein interessanter Breakout aus dem Abwärtstrend. Gold nicht uninteressant. Vor allen Dingen jetzt Impuls. Sehr flache Konsolidierung. Durchaus interessant. Keine Kurse mehr unter 1,840. Und dann kann hier der nächste Impuls durchaus spannend werden. Und damit kommen wir zu einem der zentralen Charts aktuell. Die Rede ist natürlich vom US-Dollar-Index, der hier konsolidiert und an wichtigen Widerständen angekommen ist. Man muss allerdings noch dazu sagen, der Aufwärtstrend ist hier noch intakt. Manche sehen hier aber bereits eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation im 4-Stunden-Chart. Wir beobachten das jetzt hier mal völlig wertfrei und neutral, denn für uns ist völlig klar, wo der US-Dollar-Index drunter fallen muss. Natürlich einmal unter den Aufwärtstrend und dann unter das wichtige Level von 105,8. Hier ist auch die 20-Tage-Linie hier im 4-Stunden-Chart, ist die 100er-Linie. Und da muss er drunter. Und dann kann das natürlich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sein. Kopf zum Nacken, Breakdown-Stelle ansetzen. Und die 104,7 wären ohnehin unser erstes wichtiges Target für einen Rücksetzer beim US-Dollar-Index. Also Schulter-Kopf-Schulter-Formation oder nicht, was wir auf jeden Fall aktuell sehen, sind für den Tag noch ein tieferes Hoch beim US-Dollar-Index. Und das sollte auch besser so bleiben, wenn wir hier auf eine Korrektur beim Dollar spekulieren. Und wie gesagt, aktuell muss man ganz klar noch dazu sagen, und dieser Aufwärtstrend ist gewaltig. Und der ist hier für den Moment noch völlig intakt. Wir sehen es jetzt hier aber das erste Mal seit einer Weile, dass sich der Dollar hier heute für den Tag ganz klar ein tieferes Hoch bis dato abholt. Und vom US-Dollar-Index kommen wir zu den vermutlich noch wichtigeren Zinsen auf die 10-jährige Staatsanleihe. Heute deutlich unter Druck. Minus 2,7 Prozent sind aktuell bei 4,674 Prozent. Sind damit jetzt auch unter das Level gefallen hier von 4,686 Prozent, was wir im Chart hatten. Wichtig allerdings hier sehen wir auch noch keinen Trendbruch. Das ist jetzt ein Rücklauf von den Zinsen, den wir natürlich gerne zur Kenntnis nehmen und auch auf dem Schirm haben. Wichtig wäre allerdings hier weiterer Rücklauf von den Zinsen. Unter 4,629 müssen sie fallen und dann im weiteren Verlauf vor allen Dingen unter das Kernlevel hier von 4,5 Prozent. Das wäre dann hier ein richtig schöner Rücklauf und auch ein kleiner Trendbruch bei den Zinsen. Übergeordnet werden sie dann aber trotzdem noch in dem großen Aufwärtstrend. Hier ein Rücklauf, den wir natürlich zur Kenntnis nehmen bei den Zinsen. Wichtig ist aber auch, die 20-Tage-Linie ist noch intakt. Man kann hier möglicherweise von ersten Indizien sprechen für eine Top-Bildung. Ganz klares Doppeltop, Tweezertop. Hier wirklich zweimal exakt der gleiche Kurs am Mittwoch, den vierten und nochmal am Freitag, den sechsten vergangene Woche bei 4,882 Prozent. Und jetzt hier eben auf dem Weg nach unten. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier der Beginn ist von einem größeren Rücklauf bei den Zinsen oder ob die hier im Rahmen von diesem Trendkanal sich möglicherweise sogar Support abholen und wieder nach oben drehen. Müssen wir ganz genau beobachten kommende Tage. Und davon abhängig wird auch sein, wie es hier mit TLT weitergeht. Und ich muss wirklich dazu sagen, wenn ihr wisst, worauf ihr euch mit Anleihen einlasst oder wenn ihr wirklich Interesse habt hier zu diversifizieren, packt euch TLT aktuell hier auf eure Watchlist. Das ist eine möglicherweise historische Zielzone, in der wir hier angekommen sind. Klar, wenn die Verzinsung der 10-Jährigen nochmal Richtung 5 Prozent galoppiert, kann man nicht ausschließen, dass sich TLT möglicherweise hier sogar noch das 161er Extension zur Downside abholt bei etwa 81 US-Dollar. Aber hier läuft ein ganzes Cluster an wichtigen Zielzonen zusammen. Wir haben es auch seit einigen Monaten, möchte ich sagen, auf dem Schirm. Das ist hier meines Erachtens möglicherweise der spannendste Zeitpunkt für langlaufende US-Staatsanleihen. Denn seit vielen, vielen Jahren habt ihr wirklich den TLT ETF auf eurer Watchlist oder halt eben entsprechende Derivate, die ihr von diesem ETF bei eurem Broker handeln könnt. Das ist hier gerade zur Diversifizierung aktuell nicht uninteressant. Und damit kommen wir zu den Aktienindizes und beginnen mit dem Thema Marktbreite. Aktien im S&P 500 über ihrer 50-Tage-Linie. Ein Chart, den ich jetzt so lange im Video mit dabei habe, bis wir hier aus dieser Zielzone ausbrechen, weil ich euch eben zeigen möchte, dass die Aktienmärkte hier angekommen sind im überverkauften Bereich, im Bereich, der sich eben anbietet für starke bullische Gegenbewegungen. Wir sind jetzt aktuell bei 17 Prozent. Natürlich gab es hier am Freitag einen massiven Impuls mit dem Shortsquiz. Interessant ist, dass es dieser Impuls nicht geschafft hat, aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Auch die 20-Tage-Linie hier bei der Marktbreite ist noch über uns. Also wir sind hier noch nicht ausgebrochen für die große Gegenbewegung. Wir sehen ja heute auch wieder gerade in der Breite einen leichten Rücklauf bei den Aktien. Und das ist durchaus ein Muster, was wir immer wieder sehen. Erster Impuls. Dann kommst du nochmal zurück, testest gerne auch nochmal den Bereich von 10 Prozent an als Support, bis du dann eben ausbrichst und zu einer stärkeren Aufwärtsbewegung ansetzt. Habt das bitte auf dem Schirm. Auch natürlich im Angesicht dieser fürchterlichen Nachrichten aktuell. Wir wissen auch, dass sich die Börsen ganz gerne mal abkoppeln von fürchterlichen Nachrichten. Gerade wenn sie überverkauft sind, kann das oft an der Zeitpunkt sein, wo man dann erstaunt ist, dass die Märkte sich doch positiv entwickeln können im Angesicht von negativen News. Habt das auf dem Zettel. Die Märkte sind hier aktuell nach wie vor durchaus überverkauft. Von der Marktbreite kommen wir zum Thema Volatilität. Und das ist definitiv etwas, was wir bitte auch auf dem Schirm haben, kommende Tage. Vor allen Dingen natürlich in diesem jetzt so turbulenten Umfeld. Aktuell die Meldungen aus Israel auch nicht vergessen. Mittwoch und Donnerstag bekommen wir wichtige Inflationsdaten. Mittwoch Abend dann das FOMC-Sitzungsprotokoll. Hier ist viel geboten in dieser Handelswoche. Viel geboten, was möglicherweise Vorentscheidungen geben kann für die Richtung, in die sich die Märkte die kommenden Wochen und möglicherweise Monate bewegen werden. Wir sind aktuell beim Volatilitätsindex noch über der 200-Tage-Linie. Und so lange können wir hier definitiv keine Entwarnung geben. Das ist auch die Phase, wo wir im März drüber waren. Hier kann er jederzeit nochmal nach oben ausschlagen, der Wix. Wichtig, wir waren heute mit einem Gap nach oben im Bereich nochmal von 19,5. Kommen jetzt zurück vom Tageshoch. Ist der Wix aktuell unter Druck um circa 7%. Ist natürlich durch das massive Gap nach oben auf Tagessicht noch 4,2% im Plus. Wir sehen aber erstens mal auch wieder, und das sind diese Signale, auf die wir achten, keine neuen Verlaufshochs aktuell beim Wix. Aber auch wichtig, nach wie vor steigende Tiefs. Und das ist ein Warnsignal. Ganz klar, wo wir ihn drunter brauchen, ist hier im Bereich unter 17,5. Hier ist die 200-Tage-Linie. Und Endwarnung würde ich mich fast trauen zu geben, wenn wir unter 17 fallen bei der Volatilität. Und vor allen Dingen haben wir gestern noch drüber gesprochen, wenn er unter 16 fällt, dann könnte eine potenzielle Rallye richtig Fahrt aufnehmen. Aktuell allerdings wichtig. Und deswegen kann es noch ein bisschen turbulent werden. In die kommenden Tage ist der Wix hier noch im Gefahrenbereich. Und dafür muss man aber sagen, ist vor allen Dingen der S&P 500 heute sehr stabil. Wir haben ihn ja in den letzten Tagen gesehen, auch mit einem leichten Dip unter den Aufwärtstrenden seit dem 52-Wochentief. Wir sind hier im US 500 Future. Und da haben wir auch einige Tage lang hier die 200-Tage-Linie als Support getestet. Bei überverkauften Zustand. Wir haben gestern im Marktbriefing darüber gesprochen, dass auch das mittelfristige Risikolevel auf dem S&P 500 bei einer 1 angekommen war. Also im überverkauften Bereich. Das war hier. Und auch der vielen Greed-Index war im Bereich der extremen Angst. Das war hier meines Erachtens signifikanter Support, den wir getroffen haben. Nämlich schließe absolut nicht aus, dass wir nochmal in einer gewissen volatilen Phase, die uns bevorstehen könnte, sogar nochmal diese Tiefs antesten. Wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, dass im Bereich von 4.150 in etwa die 20-Monats-Linie läuft. Auch die kann der Markt hier jederzeit noch antesten. Das wäre möglicherweise sogar sehr bullisch, wenn wir dann mit weniger negativen Momentum nochmal etwas tiefere Kurse bekommen würden. Das wäre eine bullische Divergenz. Jetzt habt ihr es aber mal auf dem Zettel. Der Markt hat hier am Freitag definitiv mit dieser Impulskerze ein Statement gesetzt und verteidigt diese Impulskerze auch für den Moment noch hervorragend. Wir haben uns hier auch mal die letzte Downside abgemessen. Komm auf die wichtigen Levels zu sprechen. Über 4.300 Punkte bricht der Markt hier auch aus dem 23er Fibonacci des Ausverkaufs aus. Und das ist durchaus ein bullisches Signal. Wichtige Widerstände haben wir bitte auf dem Schirm hier bei 4.356. Nicht nur diese Trendlinie, die gut gehalten hat, durch die wir drunter gebrochen sind, die dann hier ein perfektes Kaufsignal darstellen kann für potenziell sogar deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Da muss der S&P 500 aus 4.360 ausbrechen. Extrem wichtiger Widerstand. Falls es hier zu mehr Upside kommt, wird hier dann die obere Trendlinie sein in unserem Wedge zusammen mit der Golden Pocket, der Downside. Und das sind 4.450. Hier müssen wir uns dann spätestens nochmal auf einen Dip einstellen, den wir dann nochmal komplett neu bewerten. Aktuell hält sich der S&P 500, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut. Wir haben so ein bisschen das heutige Tagestief im Future auf dem Schirm. Das sind 4.266. Wenn wir das nochmal reißen sollten, dann fällt der S&P 500 auch nochmal unter den Aufwärtstrend in Richtung 200-Tage-Linie. Wir kommen zum Nasdaq 100 und der ist zwar auf Tagessicht 0,27% im Minus im Future. Allerdings zeigt uns der hier ordentlichen Kaufdruck. Wir sind jetzt auch über der 20-Tage-Linie im Future. Und wo haben wir heute Support gefunden bzw. wo sind wir draufgegappt? Das war sehr interessant. Wir haben hier nur mal die Freitagskerze abgemessen mit dem Fibonacci. Und wir sind genau aufs 38er Fibo der Freitagskerze gegappt, haben dieses Level dann hier zuerst verteidigt und sehen jetzt bereits wieder einen Anstieg. Man muss allerdings ganz klar dazu sagen, solange wir hier keine eindeutigen neuen Hochs bekommen, muss man hier vorsichtig bleiben. Und dazu muss uns der Nasdaq deutlich aus den 15.000 Punkten, kann man sagen, ausbrechen. Dann sehen wir hier noch die 50-Tage-Linie als potenzielle Widerstände und übergeordnet sind wir hier ohnehin noch in unserem Falling Wedge unterwegs. Können wir aber jederzeit natürlich die obere Trendlinie anlaufen. Das wären hier in etwa Kurse 15.250 bis 15.300. Hier müssen wir allerdings dann ganz klar natürlich fürs große Kaufsignal den Breakout abwarten. Wäre wunderschön, wenn wir das hier dann nochmal als Support backtesten würden. Für den Moment sieht das allerdings sehr, sehr gut aus. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, gerade auch beim Nasdaq war das eine massive Ansage am Freitag vom Tagestief ans Tageshoch 3,5%. Diese Kerze, denke ich, werden die Bullen hier sehr, sehr ernst nehmen und wollen sie verteidigen. Wir wissen natürlich auch, wie das so ist mit diesen Bullish-Engulfing-Kerzen. Bullish-Engulfing, du holst nach unten nochmal die gesamten Körper der letzten Tage ab und schließt deutlich drüber. Das heißt, du verschlingst hier diese gesamte Konsolidierung. Solange so eine Kerze intakt ist, ist der Markt in der entsprechenden Richtung zu werten. Also in diesem Fall Bullish, was wir hier bräuchten oder was die Bären bräuchten, um wirklich nochmal ordentlich Druck auszuüben auf dem Markt. Das wären Schlusskurse unter 14.550. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Dow Jones neben dem Russell 2000. Aktuell der US-Index, der am angeknackstesten ist. Wir sind hier auch beim Dow Jones noch nicht aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Und man muss auch dazu sagen, und das ist immer ein Warnsignal, gerade bei einem Index. Wir handeln ihn derzeit auch unter der 200-Tage-Linie. Das ist zuletzt passiert, muss man allerdings auch fairerweise dazu sagen. Im März, Ergebnis war eine massive Bärenfalle, die uns dann auch 52 Wochen hochsgebracht hat beim Dow Jones. Also lasst uns hier diesen Bereich mal ganz genau beobachten. Was wir natürlich brauchen, keine Frage, ist die Kopie von der Bewegung im März. Wir brauchen den Breakout aus der 200-Tage-Linie, danach Backtest als Support. Dann sind sogar Allzeithochs möglich beim Dow Jones. Wichtig dafür ist es, Kurse jetzt erstmal über 33.600. Dann nehmen wir hier mal diesen letzten Abwärtstrend raus. Und danach Kurse über 34.000. Dann etabliert sich der Dow Jones wieder über der 200-Tage-Linie. Und das wäre extrem wichtig. Vor allen Dingen auch für die Einzelaktien in Dow Jones, die aktuell durchaus nicht uninteressant sind. Schreibt mir mal hier in die Kommentare. Dann können wir in den kommenden Tagen mal wirklich ein Aktienvideo machen. Speziell zu den Dickschiffen aus dem Dow Jones. Hätte ich richtig Lust drauf. Was wir auch sehen, ist die Golden Pocket seit dem März-Tief. Und das 38er Fibonacci seit dem 52-Wochen-Tief. Hier ist ein absolutes Cluster an Supports, was der Dow Jones zuletzt verteidigt hat. Wir wollen ihn nicht unter 33.000 Punkten sehen. Ansonsten fällt uns hier auch der Juni raus als Support. Und dann muss man hier mit einem Backtest rechnen von den März-Tiefs. Und dann verabschieden wir uns aber deutlich unter die 200-Tage-Linie. Und Rallys müsste man ab dem Zeitpunkt vermutlich sogar mit Verkaufsdruck in Verbindung bringen. Und ihr seht, worauf das dann potenziell hinauslaufen würde. Dass sich hier möglicherweise beim Dow Jones sogar ein Abwärtstrend etabliert. Und das wäre natürlich für den Gesamtmarkt großes Warnsignal. Dafür müssen die Bullen hier die 33.000 Punkte verteidigen. Wenn es jetzt hier nochmal zu Schwäche kommt, der darf die jederzeit hier nochmal backtesten. Darunter wollen wir ihn nicht sehen. Und richtig bullisch und interessant wird der Dow Jones über 33.600 mit dem Breakout. Und vor allen Dingen dann über 34.000 mit dem Breakout aus der 200-Tage-Linie. Wir kommen zum Russell 2000. Und habt mir hier bitte den Russell auf dem Schirm. Der zeigt uns nämlich aktuell ein ordentliches Intraday-Reversal. Wir haben zwar gestern im Marktbriefing darüber geredet, wo wir den Russell brauchen. Und zwar über 1770, 1780 Punkte. Du musst dieses Cluster hier noch rausnehmen an Widerständen. Und zwar musst du wieder zurück über den Aufwärtstrend seit dem 52-Wochen-Tief. Und du musst vor allen Dingen ausbrechen aus dem Abwärtstrend. Und du musst zurück über die Golden Pocket vom 52-Wochen-Tief ans Doppeltop, was wir hier gesehen haben. Das heißt, wir brauchen Kurse über 1770 Punkte beim Russell 2000. Allerdings schaut euch bitte mal das WIC an vom heutigen Handelstag. Das Tief haben wir gesehen bei 1722. Und derzeit steht der Russell sage und schreibe 1,7 Prozent über den Tagestiefs. Wir haben auch. Und solche Kleinigkeiten können sehr, sehr wichtig sein. Wir haben natürlich keine neuen Tiefs gesehen. Wir haben hier nochmal reingefischt in diese Tiefs. Wir haben auch nochmal die Körper abgefischt. Also hier wurde heute durchaus nochmal ein bisschen Stop-Loss-Hunting betrieben. Und wir sehen jetzt hier auch ein Reversal wichtig. Wie gesagt, die Bullen haben hier noch nichts geschafft. Wir brauchen Preißsalamme im Bereich von über 1760. Aber dann könnte das für die Small Caps hier durchaus freundlich aussehen. Packt euch die zusammen natürlich mit dem Russell 2000 und einigen Aktien aus diesem Bereich auf eure Watchlist. Das könnte vor allen Dingen, wenn hier Musik reinkommt, der Sektor sein, der in den kommenden Wochen und möglicherweise sogar Monaten sehr gut performen könnte. Dafür braucht es hier aber jetzt wirklich einen beherzten Breakout. Und gerade jetzt, wo wir aktuell stehen beim Russell 2000, darf dieser Markt hier bitte keine Schwäche zeigen. Und auch in diesem Markt dürfen wir jetzt keine Schwäche sehen. Im Gegenteil, wir brauchen Stärke und zwar von den DAX-Bullen im Tageschart. Wir müssen über 15.200 Punkte ausbrechen. Das ist heute Intraday, ein Beulwerk. Freitag waren wir kurz drüber. Jetzt natürlich mit den Meldungen. Heute Nacht sind wir im Future drunter gegappt. Und Intraday kommt dieser Markt gerade nicht mehr über die 15.200. Deswegen packt euch hier Preißsalamme drauf. Wir sind auch hier im Apex angekommen, wenn wir uns die Abwärtstrendlinie vom 15. September setzen und hier eben diesen wichtigen Preisbereich. Da müssen wir jetzt drüber. Und dann hat er Platz zum Laufen in dem Bereich. 15.400. Hier ist die 20-Tage-Linie. Die schauen wir uns dann nochmal an für einen Pullback. Vor allen Dingen, weil hier auch eine horizontale Widerstandszone drauf ist. Allerdings wird mir das dann durchaus gut gefallen. Du läufst hier wieder rein, kommst nochmal zurück, festigst die 15.200. Und hättest dann eben Kraft gesammelt. Auch für den potenziellen Breakout aus dem flacheren Abwärtstrend. Nämlich dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dann Kursziele, denkbar 15.600, potenziell natürlich auch 16.000 Punkte. Wichtig ist jetzt hier aber erstmal mit dem aktuellen Preisbereich bitte auf dem Schirm. Und völlig klar, um hier wirklich freundlich zu werden, muss der DAX uns hier ausbrechen aus den 15.200 Punkten. Wenn wir hier Schwäche sehen, vor allen Dingen, was nicht steigen will, muss potenziell fallen. Ziel, wissen wir Bescheid, 14.700 Punkte. Denn auch der DAX, und das dürfen wir nicht vergessen, ist nach wie vor natürlich deutlich unter der 200-Tage-Linie. Wir kommen zum Hang-Seng-Index und hier sehen wir wirklich Make-or-Break-Situation aktuell. Auch nochmal kurz der Hinweis natürlich ans heutige Aktienvideo Alibaba, JD.com und Baidu. Drei Aktien, die sogar aktuell sehr, sehr spannend sind. Schaut euch definitiv noch das Aktienvideo an im Anschluss. Und hier müssen wir ausbrechen aus dem Abwärtstrend und noch viel wichtiger aus den 17.800 Punkten. Dann haben wir auch die Golden Pocket seit den 52 Wochen tief wieder zurückerobert und sind vor allen Dingen auch endlich mal raus aus der 20-Tage-Linie. Die ist hier extrem hartnäckig, war hier Widerstand, kurz drüber Fake-Out. Und dann gehst du mal richtig runter in den Ausverkauf und derzeit drückt sie auch den Markt hier eindeutig runter. Wir haben auch vor allen Dingen hier bei der letzten Tageskerze gesehen 20-Tage-Linie Widerstand. Hier müssen wir raus. Und dann haben wir hier noch unseren wichtigen historischen Support-Widerstand bei 18.037 bis 18.135. Das sind Levels, einmal aus 2022, einmal hier der Support und einmal noch aus 2016. Und wenn wir das rausnehmen, dann sieht es hier sehr, sehr gut aus für Kurse im Bereich der 200-Tage-Linie. Hier, das müssen wir allerdings extrem respektieren, den Bereich um 19.000 bis 19.300, 19.400, auch den roten Abwärtstrend. Das ist der übergeordnete große Abwärtstrend im Hang Seng, Verzeihung, seit den Allzeithochs. Wichtig ist hier keine Kurse mehr unter 17.400. Wir wissen, der hat jederzeit auch noch das Potenzial, vor allen Dingen, solange dieser Abwärtstrend hier intakt ist. Und auch hier sind wir im Apex, möchte ich sagen. Hier ist Make or Break für den Hang Seng Index durchaus hier denkbar, dass es hier in den nächsten Tagen zum entsprechenden Impuls kommt. Und zur Downside wäre das sehr gefährlich, weil dann müssen wir auch wirklich mit Kursen rechnen, potenziell deutlich unter 17.000, potenziell sogar in die Richtung 16.000 Punkte. Und wenn da uns hier die 17.800 raus sind, dann sieht es vor allen Dingen auch für einzelne Aktien im Hang Seng Index hier sehr, sehr gut aus. Wir kommen zum Bitcoin im Tageschart und der Kryptomarkt ist heute allgemein etwas unter Druck, vor allen Dingen bei den Altcoins. Jetzt kommt es heute teilweise zu etwas heftigeren Abverkäufen, der Bitcoin allerdings sehr stabil. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, vor allen Dingen über 27.000 US-Dollar ist der Bitcoin hier meines Erachtens sogar als sehr bullisch einzuschätzen. Hier sind wir über dem Abwärtstrend und der Abwärtstrend kommt vom Allzeithoch, also durchaus ein signifikanter Abwärtstrend. Dieser lokale Aufwärtstrend ist intakt und vor allen Dingen handeln wir hier über der 20 und über der 50 Tage. Ich habe euch heute auch mal zur Ausnahme, das haben wir noch nie gemacht auf dem Kanal, ein Video verlinkt von einem anderen YouTube-Kanal. Dr. Dennis Riedl hat gestern ein sehr interessantes Video gemacht, gerade rund ums Thema Halfing, gerade ums Thema Saisonalität beim Bitcoin. Finde ich sehr spannend, schaut euch das ruhig mal an. Einer Sache muss ich allerdings widersprechen in dem Video. Er hat darüber gesprochen, dass wir über der 200-Tage-Linie handeln würden und das wäre bullisch. Und da muss man ganz klar widersprechen, die 200-Tage-Linie ist eben gerade der große Widerstand, der sich dem Bitcoin aktuell hier entgegenstellt. Was wir hier brauchen, um meines Erachtens einen ziemlich starken Shorts-Quiz sogar auszulösen und Kurse wiederzusehen im Bereich von 30 bis 32.000 US-Dollar. Der Breakout hier würde dann deutlich höhere Kursziele ermöglichen. Das ist hier der Breakout aus den 28.000 US-Dollar. Nicht nur würden wir, und das ist immer signifikant, hier das 23er-Fibonacci der gesamten Downside rausnehmen, sondern eben auch gerade hier dieses Cluster aus 100- und 200-Tage-Linie. Hochspannend aktuell der Bitcoin. Da muss ich Dr. Dennis Riedl komplett zustimmen. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Perlantier heute 5% im Plus und setzt sich hier vor allen Dingen jetzt wieder schön ab von den 17 US-Dollarn. Lasst uns mal bitte auf die linke Seite gemeinsam schauen und sehen, dass die 17 US-Dollar sehr, sehr wichtiger Support sein können für Perlantier. Das war, möchte ich sagen, der wichtige Support hier im Jahr 2021 von hier, konnte die Aktie nochmal massiv zulegen und genau da sind wir jetzt aktuell drüber. Der Aufwärtstrend ist hier nach wie vor intakt. Man muss ganz klar dazu sagen, wenn wir heute Tagesschlusskurse bekommen über 17 US-Dollar, dann ist das durchaus freundlich für Perlantier. Wichtig allerdings auch, dass wir sie jetzt unter diesem Cluster hier nicht mehr drunter sehen wollen. Ich möchte nicht mehr sehen, dass dieser Aufwärtstrend hier bricht. Das kann jetzt durchaus ein gewisser Shortsquiz werden bei Perlantier. Perlantier und dazu messen wir uns vor allen Dingen auch mal hier diese lokale Downside ab, damit wir auch hier die Levels auf dem Schirm haben. Natürlich sind wir aus dem 23er Fibonacci ausgebrochen. Wir sind jetzt auch aus dem 38er ausgebrochen und sind jetzt aktuell und das ist immer faszinierend zu sehen, wo dann die Gewinnmitnahmen einsetzen. Heute seht ihr genau das WIC an der Oberseite und das ist hier genau das 61er Fibonacci, der letzten Downside. Wirklich sehr, sehr spannend, was Perlantier macht. Kann jederzeit hier konsolidieren, kann sich jederzeit ein bisschen abkühlen, die Aktie. Die möglicherweise sogar nochmal die 17 US-Dollar backtesten als Support dürfte. Im Extremfall sogar nochmal runterdippen in den Bereich 16,40, 16,50. Nur da drunter wollen wir sie definitiv nicht mehr sehen. Ansonsten müsste man hier potenziell nochmal mit deutlich mehr Downside rechnen. Und nach oben, wenn wir die 17,70 bis 17,90 rausnehmen. Also hier, die Golden Pocket hält uns absolut nichts davon ab, hier die 52 Wochenhochs zu testen. Im Bereich 19,50 bis eben 20 US-Dollar. Das war das 52 Wochenhoch und über 20 US-Dollar hätte die Aktie dann deutlich mehr Aufwärtspotenzial in Richtung 25 US-Dollar Potenzial. 30 US-Dollar, sehr, sehr spannend, Perlantier aktuell baut hier eine schöne Aufwärtsbewegung. Auf jetzt kurzfristig wäre ich hier vorsichtig. Man kann jetzt hier meines Erachtens nicht frisch hinterher springen im Rahmen vom 61er Fibonacci. Schaut euch diese Zone hier ganz genau an, wie die Konsolidierung hier ablaufen wird. Da wollen wir sie nicht mehr drunter sehen. Möglicherweise nochmal eine Berührung von dem Aufwärtstrend. Da könnte man sich dann eventuell nochmal positionieren. Wichtig bleibt hier vor allen Dingen für die Leute, die investiert sind, keine Kurse mehr. Definitiv keine Kurse mehr bei Perlantier hier unter 16 US-Dollar. Wir kommen zu PayPal. Die Aktie heute auf dem Papier unverändert, allerdings mit einer hochspannenden Tageskerze. Der Dip bei PayPal wurde heute sehr aggressiv gekauft. Möchte ich sagen, wichtig bleibt jetzt hier bei PayPal keine Tagesschlusskurse unter 56,50 Dollar. Das wurde jetzt hier den dritten Tag gekauft. Das erste Mal hier am 27. September. Da war es das 52 Wochen tief. Dann haben wir es am Freitag nochmal leicht unterschnitten hier sogar in dem Bereich 55,88. Und heute sind wir wieder auf diesen Bereich runtergedippt. Das muss hier der Support sein für PayPal. Ansonsten müssen wir uns nach wie vor mit unserer Zielzone zur Downside auseinandersetzen. Allerdings gehen wir jetzt mal davon aus, dass hier Support gefunden wurde. Und das gibt uns durchaus ein interessantes Doppelboden-Pattern. Potenzielle Adam- und Eva-Doppelboden. Hier spitz, hier rund. Gab einen leichten Undercut. Allerdings muss man dazu sagen, keine Tagesschlusskurse unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief. Also das ist schon nicht uninteressant, was der Markt hier zaubert und würde uns potenziell sogar die Ausgangsposition geben hier für eine gewisse Harmonic-Bewegung. 50er Retracement wäre hier bereits der Abwärtstrend und natürlich muss man bei sowas dann auch immer höhere Ziele auf dem Schirm haben. Also potenziell dann sogar diesmal die Chance aus unserem großen übergeordneten Falling Wedge auszubrechen. Wichtig dafür bleiben hier Schlusskurse jetzt erstmal über 58 US-Dollar. Dann würden wir hier diesen jungen Aufwärtstrend rausnehmen, messen uns die letzte Downside ab und schauen uns hier das 23er Fibonacci an. Da müssen wir auch ausbrechen. Das sind hier dann 58,20 in etwa. Und dann haben wir hier erstmal unsere erste konservative Zielzone auf dem Schirm zwischen 59,60 und ca. 62 US-Dollar. Was mir allerdings hier sehr gut gefällt, das sind hier diese aktuellen Tageskürzen bei PayPal. Man sieht eindeutig, dass der Markt hier diesen Bereich kaufen will. Macht es allerdings auch und das kann man gar nicht viel genug betonen. Extrem wichtig, dass wir unter diese Zone hier nicht mehr drunter fallen jetzt. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu NIO. Die Aktie ist heute 5% im Minus und schau dir gerne für die Detailanalyse bei NIO das Video an vom Samstag. NIO wird jetzt hier allerdings durch den Dip, den wir heute sehen, möglicherweise sogar noch etwas spannender wichtig bleibt allerdings. Und darüber haben wir auch am Samstag im Video gesprochen. NIO ist extrem kritisch zu sehen, hier unter 8 US-Dollar. Und falls wir hier neue 52 Wochentiefs reißen sollten, also Kurse sehen sollten von unter 7 US-Dollar, da muss man meines Erachtens bei NIO die Reißleine ziehen, weil die potenzielle Zielzone zur Downzeit nochmal wesentlich tiefer liegt. Allerdings sehen wir hier einen potenziell sehr schönen Doppelboden. Und das ist hier auch das Ende einer großen Harmonik, die möglicherweise hier sogar einen gesamten Zyklus abgeschlossen hat. Jetzt die erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück. Doppelboden auf dem lokalen 886, das kann hier der Beginn sein, möglicherweise sogar von einer großen Aufwärtsbewegung bei NIO. Wichtig dafür, dafür sichern wir uns eben zur Downzeit ab. Keine Kurse jetzt mehr unter 8 US-Dollar und definitiv keine Kurse unter 7 US-Dollar. Dann sollte man hier vermutlich zwangsläufig die Reißleine ziehen. Wie gesagt, Zielzone, schau gerne ins Video vom Samstag deutlich tiefer. Pack die aber vor allen Dingen über 8 US-Dollar. NIO hier in diesem Bereich bitte definitiv mindestens auf deine Watchlist. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.